Nun gab es zwar Asen, Trolle und Menschen, aber es war sonderbar still auf der Welt. Irgendetwas fehlte. Wahrscheinlich war es Wiele, der als erster verstand, was es war. »Wisst ihr, warum sich hier nichts rührt?«, fragte er seine Brüder. »Uns fehlt die Zeit. Es ist immer dasselbe am Himmel. Weder wird es richtig hell, noch richtig dunkel. So kann es nicht weitergehen.« Da fiel ihnen eine Riesenfrau ein, die ganz besonders dunkel war. Sie hieß Nott, und sie hatte einen Liebhaber unter den Asen, der mit ihr einen Sohn namens Dag zeugte, und der war ausnehmend hell. »Die beiden,« sagte Wiele, »sollten wir besuchen.« Das leuchtete Odin ein. Er ging zu Nott und Dag, und beide, Mutter und Sohn, gefielen ihm so sehr, dass er ihnen Pferde und Wagen schenkte. »Habt ihr Lust, über die ganze Welt zu reisen?«, fragte er. »Warum nicht?«, antworteten sie. »Aber die Reise geht hoch hinaus,« gab Odin zu bedenken, »so hoch, dass ihr alles sehen könnt, und sie nimmt kein Ende.« Nott und Dag schreckte das nicht, und so hob Odin sie zum Himmel empor. Nott fuhr als Erste los. Ihr Ross hatte rauhreif in der Mähne, und am Morgen fallen Schaumtropfen aus seinem Maul. Das ist der Tau, der in der Frühe auf den Wiesen liegt. Kaum war Nott auf dem Heimweg, da machte sich Dag auf die Reise. Sein Ross schimmert, und seine Mähne leuchtet blendend hell. Seit der ersten Fahrt dieser beiden kann man Tag und Nacht unterscheiden. Man weiß, wie spät es ist, und kann die Tage und die Jahre zählen. Das Licht des Tages kommt also nicht von der Sonne, wie wir gerne glauben. Natürlich, auch Sonne und Mond sind aus dem Funken erschaffen, von denen Muspelheim sprüht, und es ist auch wahr, dass beide auf ihrem Wagen über den Himmel ziehen. Aber wer passt darauf auf, dass sie nicht herunterfallen? Und wer lenkt ihre Pferde? Das sind zwei Menschenkinder, ein Junge und ein Mädchen. Die waren so schön, und ihr Vater war so stolz auf sie, dass er die Tochter Sonne nannte und den Sohn Mond. Das fanden die Asen reichlich übermütig, und sie beschlossen, dem stolzen Vater die Kinder wegzunehmen. Die Tochter muss seitdem die Rösser des Sonnenwagens und der Sohn die Mondpferde lenken. Das ist nicht einfach, denn die beiden sind immer in Eile. Immerzu sind nämlich zwei Wölfe hinter ihnen her, die nach ihnen schnappen und sie verschlingen wollen. Das sind keine gewöhnlichen Bestien. Es sind die Kinder einer alten Trollfrau, die weit im Osten lebt, im Walde Eisenholz. Diese Frau hat noch viele andere Riesen in die Welt gesetzt, und alle haben die Gestalt von Wölfen. Bis auf den heutigen Tag haben Sonne und Mond den Wettlauf mit ihren Verfolgern gewonnen und man kann nur hoffen, dass es dabei bleibt. Bleibt nur noch die Frage, wo der Wind herkommt. Auch er ist aus dem Geschlecht der Trolle hervorgegangen, aber er gehört nicht zu den Wolfskindern, sondern hat die Gestalt eines riesigen Adlers. Er wohnt im hohen Norden, und sobald er sich in die Lüfte erhebt und mit seinen gewaltigen Schwingen schlägt, stürmt es und überall fliegen die Pfannen vom Dach. Eigentlich war die Welt nun so ziemlich fertig. Natürlich gab es dauernd Streit zwischen Asen und Trollen, aber manchmal setzte sich der eine oder die andere über die alte Feindschaft hinweg, und dann kam es zu heißen Liebschaften. So war ja auch die Nacht entstanden. Sogar Odin fand nichts dabei, hin und wieder eine Trollfrau zu umarmen, denn auch in Jotunheim, wo die Trolle zu Hause sind, gab es schöne Mädchen. Doch vor allem sind die Riesen gefährliche Wesen, denen man nicht über den Weg trauen kann. Besonders die Menschen müssen sich vor ihnen hüten, denn wer kommt schon gegen einen Riesen auf? Das sah auch Odin ein, und so beschloss er, den Menschen zuliebe eine Burg zu bauen. Nicht irgendwo am Rand der Welt, sondern in der Mitte. Dort befahl der Häuptling der Götter, einen Bauplatz zu roden. Allerdings eine Frage bereitete den Asen Kopfzerbrechen. Ziegel und Balken waren noch nicht erfunden. Wo gab es ein Material, das fest genug war, um eine Burg zu errichten? Die Asen erinnerten sich an die Erschaffung der Welt, und da fiel ihnen etwas ein, was sie damals weggeworfen hatten, weil sie dachten, dass es zu nichts Nütze war. Das waren die Augenbrauen und die Wimpern Ümers des ersten Riesen. Die waren so dick und stabil wie die besten Balken. Es dauerte nicht lange, und die Burg war fertig. Eine weitläufige Mauer umgab den Bezirk, der Midgard heißt und der zur Heimat der Menschen wurde. Dort konnten sie sich sicher fühlen. Selbstverständlich dachten die Asen nicht daran, sich mit den Menschen allzu gemein zu machen. Sie wollten gern in ihrer Nähe wohnen, aber nicht in demselben Haus. Deshalb errichteten sie hoch über Midgard eine ganz besonders prächtige Brück, die sie Asgard nannten. Und damit es ganz klar war, wer hier das Sagen hatte, legten sie zwischen ihrer Festung und der Welt der Menschen eine große, leuchtende Brücke. Sie heißt Bifrost, und das bedeutet so viel wie der zitternde Weg. Die Menschen nennen sie den Regenbogen. Über diese Brücke können nur die Asen reiten, denn das Rot im Regenbogen, ist flammendes Feuer. So hält man sich ungebetene Gäste vom Leib. Bescheiden kann man es nicht nennen, wie sich die Götter eingerichtet haben. In Asgard gibt es nämlich viele prächtige Häuser und Festseele, und es ist klar, dass das allerschönste Schloss Odin gehört. Es ist in- und auswendig vergoldet und liegt genau in der Mitte. Hier hat Odin seinen Hochsitz. Wenn er sich auf seinem Thron niederlässt, kann er die ganze Welt überblicken. Er sieht, dass die Erde rund ist, natürlich nicht wie ein Ball, sondern wie eine große Scheibe mit Kreisen, die ineinander liegen, wie die Jahresringe eines alten Baumes. Ganz draußen schäumt das große Weltmeer. Im äußersten Rand des Erdkreises liegt Jotunheim und Einöd, wo die Riesen oder Trolle zu Hause sind. Im Inneren liegt Midgard, wo die Menschen wohnen. Ganz im Zentrum, in Asgard, haben sich die Asen eingerichtet, und in der Mitte der Mitte wohnt Odin, der sein Schloss auf einer großen Wiese gebaut hat. Genau dort haben die Götter auch ihren Hofbaum gepflanzt, die Esche Yggdrasil. Ihre Krone reicht bis in den Himmel, und ihre immergrünen Äste streckt sie über die ganze Welt aus. Eigentlich könnte Odin zufrieden sein. Hat er nicht alles wunderbar eingerichtet? Aber manchmal macht er sich Sorgen, denn er sieht allerhand Dinge, die ihn bekümmern, zum Beispiel die Sache mit den Alben, wo diese sonderbaren Geschöpfe nur herkommen. Er kann sich nicht erinnern, dass die Asen sie geschaffen haben. Klar ist nur, dass sie mit den Trollen und mit den Zwergen verwandt sind. Vielleicht machen sie sogar gemeinsame Sache mit ihnen. Er muss feststellen, dass die Alben manchmal heimlich über die Mauern von Midgard klettern. Es gibt weiße und schwarze Alben. In tausenderlei Verkleidungen schleichen sie sich unter die Menschen ein. Sie sagen dann, sie hätten nachts Gespenster gesehen oder Meerungeheuer, unterirdische Wesen mit Klauen und Schwänzen. Das sind die Huldrin. Manchmal locken sie die Menschen in tiefe Höhlen unter der Erde, um sie dort gefangen zu halten und zu heiraten. Wieder andere sind arge Kinderdiebe. Oft vertauschen sie die Neugeborenen in der Wiege und hinterlassen der Mutter einen Wechselbalg. Odin weiß, dass das keine bloße Einbildung ist. Er weiß Bescheid. Er kennt die Mächte der Finsternis und ihre Verwandlungskünste, und es ist ihm klar, dass sie sich vermehren können wie die Hasen, wenn man sie gewähren lässt. Allerdings nicht nur die schwarzen Alben, sondern auch die weißen. Das sind freundliche Geister. Auch unter den Huldren gibt es viele, die den Menschen, die sie ehren, gern zu Hilfe kommen. Aber auch Odin versteht nicht alles, was es gibt auf der Welt. Was sind das alles für Wesen, die er nicht geschaffen hat? Wo kommen sie her? Wenn er den Blick in Süden wendet, auf das glühende Muspelheim, dann entgeht es ihm nicht, dass auch dort ein Volk von fremden Wesen haust, die wie lebende Fackeln brennen. Aber das ist noch gar nichts. Was ihn noch viel mehr erschreckt, er merkt, dass es noch andere Götter als die Asen gibt auf der Welt. Sie nennen sich die Vahnen und wohnen auf einer Burg, die Wahnheim heißt. Es scheinen friedliche Götter zu sein, die sich vor allem um die Pflanzen und die Tiere kümmern. Die helfen auch den Bauern bei ihrer Arbeit, und mit den Alben stehen sie auf vertrautem Fuß. Das wäre nicht so schlimm. Nur fragt sich Odin manchmal, ob die Welt denn Platz für zwei Göttersippen hat. Wer weiß, ob das auf die Dauer gut gehen kann. Odin denkt, dass man immer mit dem Schlimmsten rechnen muss. Vielleicht stellt sich eines Tages heraus, dass diese Wahnen gefährlich werden können. Und deshalb versammelt er die Asen um sich und sagt ihnen, wir müssen auf alles gefasst sein. Wenn es Krieg gibt, ist es aus und vorbei mit dem sorglosen Leben auf Asgard. Dann geht es ums Ganze. Seid ihr bereit?